herzlich willkommen wieder zurück zur battlefield beta und zwar diesmal aber rush ja schon sagen wir können ja nur jetzt spawnen genau und wir spielen assault ach stimmt jetzt weiß ich wieder was für rush wieder ist ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt komm da mach es halt selbst nicht geklappt dann nehmen wir mal wieder das andere wie heißt es so es gibt free rifle natürlich ich will der mit dem minen anti-tank grenade genau der hatte eine anti-tank grenade ich wusste es doch aber wo anti tank hallo sandsturm f5 nein nicht gut ich gehe mal raus danke sandsturm ich habe ihn nicht gesehen krass man sind wirklich nichts wir sind die fenders habe ich gerade jetzt bemerkt anti-tank anti-tank wo ist die anti-tank wo ist die anti-tank genau da ist die anti-tank ja ich konnte ein bisschen schaden machen aber leider nicht viel oh 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 ah der ist von uns genau das spielmodus gefällt mir aber jetzt schon mehr als conquest um ganz ehrlich zu sein conquest ist so durcheinander ach guck mal könnte ich später wieder weg machen danke da nicht gut nach nicht gut da nicht gut da ist ein tank da ist ein großer tank dann nehmen wir doch mal da hinten ist war ein sniper irgendwo in die richtung das finde ich cool ich wusste doch dass einer war kommt sie mir alle an schon wieder auch noch nie bitte 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 yes das war sowas von knapp Medic. Haben die auch einen Medic? Geht nicht so aus, dass hätten wir einen Medic. Braucht da der was? Ah, hier! Der hat die Dynamite Charges. Guck mal. Weiß ich doch mal, weiß ich doch mal. Seems legit. Sunstrom ist weg, das ist nicht gut. Sunstrom ist weg, das ist nicht gut. Sunstrom ist weg, man zieht mich wieder. Ah, mal nachladen vielleicht. Ich bin sonst nicht... Oh, guck mal, da hinten ist ein Sniper. Finde doch schön, wenn man wüsste, ob man bereits gespottet ist oder nicht. Der Sniper da hinten ist gefährlich. Ja, ich glaube, der hat jetzt auch gerade im richtigen Moment ein Blitz gewechselt. Sind meine Charges eigentlich noch da? Ja, die sind noch da. Das ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Aber aktuell sieht es gut aus. Das machen wir langweilig. Ich mag den Spielmodus auch viel mehr, weil es keine Flugzeuge hat, um ganz ehrlich zu sein. Guck mal, da ist das ein Fahrzeug oder was ist das? Ja, sie sieht mir zumindest so für aus. Mist, Mist, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Perfekt. Resupplied, die Musik. Es ist immer schön, wenn man da mal jemand was versucht, weil dann könnte ich ihn einfach in die Luft sprengen. Ui. Nice. Erste Runde gewonnen. Erste Runde gewonnen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt und mich unterstützen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Samuel out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.